hallo und herzlich willkommen zu einem neuen spiel was ich gekauft habe das heißt besiege ich habe es selber noch nicht gespielt naja ich hab's auch nur erst gekauft ok dann schauen wir mal was wir machen müssen ich denke mal wir müssen das bauen ach nee das war falsch geht das auch wieder weg rechte muss das Okay, okay. Aber wie geht das weg? Wie geht das weg? Nein. Würde ich vielleicht. Ah, okay. Okay, okay. Da kann man hin und her schieben. Hoch, runter, hin und her, runter. Ja, halt auf den Fall, den man geht. Mit rechter Maustaste kannst du das Ganze drehen. Man muss einfach so weg. So. 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 Und so. So, fertig. Passiert nichts. Achso. So. Da drauf drücken. Greifen. Da. Da. Die drehen sich so rum, also fahre ich dann auch in dieser Richtung. Okay. Bis. Hier haben wir schon. The ground. Okay. Also man muss es heruntersetzen. Sonst könnte es wahrscheinlich passieren, dass wenn er herunterfällt, zerstört wird. Press play. Okay. Schau. Ach. Mäh. Da sind Schafen. Ich will keine Schafe töten. Okay. Das war die erste Zone. Aber in der nächsten Zone. Okay. Kann man das gleich mit play zu machen? Hm. Das geht nicht. Oh. Ich habe ein Kühlchen. Zerstört. Gut. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich hier was drauf bauen. Gibt es ja so einen schönen Rambockkopf. Wie Mittelalter immer so. Wieso ein Kopf so? Von Wider oder irgendwie so? Warte mal. Von Stier? Glaube nicht. Von Stier? Warte mal. Ich werde sie das betonen ... Dann gehen wir mal hin. Warte mal. Warte mal. Halt. Ah, damit verwirkt man die Kamera. Ok, ok, ok. Oh! Nein! Ah, doch! Hippie! Oh! Aber Hühnchen! So! Sind überall Muen. Ich muss wahrscheinlich die Muen kaputt machen. Ach ne, das ist dahinter Muen. Ich muss da heile ankommen. Oh, ok. Wie krieg ich das jetzt weg? Gut, machen wir es so. Geht ja schnell. Ok. Mit Doppelbereifung. Yeah! Und jetzt nach unten. Klopp. Also waren gekommen. Ok. Ich hab den nur gerade aus. Kann ich ihn lenken? Guck mal. Guck mal, liegt da fast vor. Na ja. Wagen auch fast. Wie kann man die Lenkung einstellen? Wie kann man die Lenkung einstellen? Muss irgendwas mit den Reifen sein. Oh, wir setzen die Segel auf. Oh, wir setzen die Segel auf. So. Vielleicht fliegen wir ja jetzt. Ach. Ach. Wie starte ich denn? Habe ich gar nicht nachgeschaut. Ich fliege in irgendeiner falschen Richtung. Boah, ein Mist. Kann ich so gut drehen. Kann ich so gut drehen. Ich weiß nicht. Jeder ist nicht so gut. Das stimmt. Kuck mal. Kann ich so gut drehen. Ich versuchte dich. Ich versuchte dich. Ich versuchte dich. Oh. Warum müssen wir jemanden anrufen. Drehe dich. Wie kann man das drehen? Hilfe! so dann heben wir mal ab oder auch nicht da steht press 0 aber jetzt für ein später besser jetzt zieht er mich nach vorn aber nicht nach oben Das sollte auch nicht so sein. Ich nehme die Flügel hier komplett weg. Ich muss auch irgendwie das steuern können. Meine Gute, wie geht denn das? Ich werde hier mal einen Cut machen, ich werde mal nachschauen wie ich das steuern kann. Ich hoffe euch hat die erste Folge gefallen, auch wenn es nicht allzu lang war. Wie lange waren sie? Keine Ahnung und wünsche ich euch viel Spaß und schönen Tag noch. Viel Spaß, tschu tschu.